Oh, und ich durfte den ganzen Weg die Höhle zurücklaufen. So, wir kommen zurück zu Evolent 1. Das letzte Mal haben wir das Luftschiff bekommen, den Boss geschafft. Also hier, Zephiroth. Ne, wie hieß er? Zephiroth. Und jetzt können wir mit dem Luftschiff neue Sachen hier erkunden. Außerdem haben wir ein paar neue Sterne und Karten gesammelt und gedöhnt sind. Wo war das denn jetzt hier? Irgendwo hier war doch dieses komische... Wo war denn dieses Zelt? Ach, hier war das, ne? Genau. Willst du mich verarschen? Dankeschön. Wow, direkt Encounter. Alter, ich liebe es. Nicht. Diese Encounter gehen mir dermaßen auf den Keks. So. Hallo? Ach so, ich bin einer der letzten reisenden Händler. Ein Nachfahrt des liegenden Dorneco. Ist das Schoko... Oh, das bra... Okay. Wusste ich gar nicht, dass man das hier... Gekocht wär's mir lieber. Okay, der will Chocobo-Fleisch. Und zwar gekochtes... Wo kriegt der jetzt gekochtes Chocobo-Fleisch her? Das Fleisch hab ich hier, aber... Oh, waren wir hier schon... Da können wir noch gar nicht drin gewesen sein, oder? In dieser Höhle. Nee. Wir haben wir halt wirklich nicht. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob's hier in den Weltern irgendwo was gibt. Ich hoffe einfach mal sehr, dass es nicht so ist. Das wär schon so schön... Ah, Mann! Sonst schon sehr gemein. Ach, komm schon. Tschüss. Und auch du. Tschüss. Bitteschön. Danke. Verlieskriecher. Ihr habt den Schrein des Babamut... Gibt ja Babamut gefunden. Aha. Was ist das denn hier? Musst du jetzt auch wieder alle wenden? Ach, bitte nicht. Huch. Hallo, können wir bitte... Ja, danke schön. Nein, ich will doch nur... Mann. Okay, dann lassen wir erstmal die Wirbelstürme Wirbelstürme sein. Guck gleich ein paar Wände durch. Ja, du blödes Arsch. Ah, nee. Hier, hier. Hier fehlt mir gerade. So. Okay, einer noch. Komm ich nicht ran. Nee, reicht nicht. Aber jetzt. Dankeschön. Okay, das dann schaltet sich von... Na gut, dann können wir den auch erstmal drücken. Hoffe ich. Aber ich laufe es kurz hier trotzdem erst ab. Okay, da ist nichts. Ah ja, okay. Cooler Schalter. Machen wir wohl zwei. Von der Sorte. Hm. Hm. Nee, anderer Weg kann da nicht sein. Das ist jetzt in der Mitte. Okay. Dann habe ich eigentlich... Kann ich eigentlich gar nichts verpasst haben bisher. Aha. Ja. Yay. Hm, hm, hm. Ein Stern. Noch sieben. Ja. Okay, da komme ich noch nicht rein. Das ist auch kein Geheimgang. Okay. Gut. Auf die Wirbelstürme habe ich immer noch keinen Bock. Das heißt, wir gehen erst mal hier lang. Na nü, der Raum ist mir viel zu groß. Erst mal die Wand ablaufen. Okay, der Raum ist mir viel zu groß. Da passiert doch irgendwas. Oh, ja. Ah, das ist mit dem Bogen so angenehm, die Skelette zu hauen. Ah, hervorragend. Das ist so gut. Hier noch irgendwas? Nein. Okay, da müssen wir jetzt wohl zu dem Binden. Hilft ja nix. Entschuldigung. Oder ist jetzt schon was aufgegangen? Ich glaube nicht. Nope. Würde man wahrscheinlich auch durch irgendeine Meldung mitbekommen, aber, naja, man weiß ja nicht. You never know. Na, wobei, wir können eigentlich beim Bogen bleiben. Das gibt's noch nicht. Na, Alter. Wann soll ich denn da... Alter. So, meine Güte. Hier ist doch gar nix. Ist hier was? Hier ist doch gar nix. Dankeschön. Hier an der Wand irgendwas? Nein. Okay. Nein! Du Arschloch. Ach. Ach komm, so. So. Jetzt geht der auf, der andere noch nicht. Das heißt, wir kommen jetzt erstmal zu dem... Zu dem Lable-Sinn-Weg. Dankeschön. Ich kann auch hier keinen Trank einsetzen jetzt, ne? Nee. Weil der Trank natürlich nur für die rundenbasierten Kämpfe gedacht ist. Na gut. Na gut. Hallo? So. Das ist doch schon besser. Bam. Ich hab hier wieder keine Wände untersucht, aber das kann ich auch im Rückweg machen. Ich muss hier ja eh zurück. Ach, geh mir nicht auf den Keks. Ah. Mh. Mh. Danke. Mann, Mann, Mann. Da ist in der Tat nix. Okay. Auf der Seite kann dann eigentlich auch gar nix sein. Wo soll mich das hinführen? Ah, Lichträtsel. Juhu. Erstmal Wände checken, dann machen wir das Lichträtsel. Ja. Juhu, ein Stern. Okay. Okay, machen wir das Lichträtsel. Wauwauwauwauwauwau. Wo geht's los? Hier. Dort muss ich dann auch noch entlanglaufen. Ah, da komm ich aber eh gleich zurück. Zack. Oh, wow. Dann, wenn man alles absucht, ist da halt nix, ne? Es ist grausam. Echt wahr. Ich hoffe jetzt nicht auch noch irgendein Loch, wo man wieder reinfallen muss. Also das war mies. Juhu, ein Fallenraum. Können wir uns erstmal die Truhe holen? Dankeschön. Babamut. Das wäre wahrscheinlich eine voll gute Karte und so gewesen, aber wir brauchen sie nicht mehr. Tut mir leid. Nein. Denn wir haben das Kartenspiel schon geschafft. Komm schon. Oh, das geht hier natürlich auch wieder. Okay. Ah, nicht. Wir müssen ja aber nicht mal stärkere Angriffe dann. Toll. Und jetzt noch zwei, ne? Ja. Okay. Da ist noch einer. Das war's. Gut. Ach so, deswegen war das auch die Höhle des Babamut. Also der Dungeon des Babamut. Das macht Sinn. Irgendwo. Okay, gehen wir. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas ist. Es fehlen immer noch vier Karten und sechs Sterne. Ich glaube nicht, dass das alles beim Mana-Baum zu finden sein wird. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Gut, wir müssen auch noch irgendwo verbranntes, äh, verbranntes, also gebratenes Chocobo-Fleisch und so weiter. Ich weiß noch nicht, wo ich das braten lassen kann. War da irgendeine Köchin in dem Dorf, die besonders toll drauf war oder so? Komme ich hier durch? Ich komme hier durch. Ist hier vielleicht irgendwas? Können wir bitte auf der richtigen Seite aussteigen? Aha. Kartograf, ihr habt den verbotenen See gefunden. Na dann, verbotener See, zeige mir, was du zu bieten hast. Aber außer Sternen und Karten erwarte ich jetzt auch nicht viel. Und wenn hier schon wieder so Fackeln und so Gedönse rumliegt, dann brauchen wir wahrscheinlich auch gleich wieder so ein paar Zeitsprünge und so Gedönse. Na gut, wir werden sehen. Ja, da ist auf jeden Fall schon mal eine Truhe. Dum, 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 dum. Wir können doch schon mal anziehen, den Kram. Eigentlich dürfte das in der Vergangenheit ja gar nicht mehr brennen, weil man zündet es ja in der Zukunft an. Aber hey, auf sowas hat das Spiel jetzt nicht unbedingt geachtet. Offensichtlich. Ich gucke mich erst mal weiter um. Aha. Sternen. Okay, jetzt müssen wir drehen. Jetzt müssen wir abermals mit dem Bombentrick machen, weil sonst komme ich hier ja gar nicht durch. So, und dieses Ding hier dürfte nicht brennen in der Vergangenheit, aber, ne? Weißt Bescheid. So, damit ist der Weg hier offen. War da sonst noch irgendwas zum Anzünden? Nicht, ne? Ne. Ich hätte da eh schon durchgekonnt. Das heißt, wir gucken einfach mal, ob ich jetzt hier irgendwas tun kann oder... Oder auch nicht. Was immer auf der Seite sein könnte. Oh, da ist auf der Seite ist was. Da ist schon mal ein Baum weg dann. Und mehr können wir jetzt nicht tun. Okay. Hier ist nichts und da ist nur eine Gegner. Naja, da ist tatsächlich gar nichts. Und auch hier ist irgendwie... Ne, da geht's weiter. Da geht's weiter. Hallo, Fledermaus. Na? Einst Herren. Hier geht's aber immer noch weiter. Huch, yeses. Nicht so stürmisch, Herr... 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 Herr Klink. Jetzt kommt mir das erst. Das ist eine Mischung aus Cloud und Link. Lell. Okay. Oh, hier ist nix. Dumme Labyrinthe. So. War da jetzt was? Ich hab nicht den Eindruck, dass da was war. Hm. Gehen wir erstmal hier oben unten weiter. Aha. Noch ein Stern. Das ist der Wald der Sterne, hab ich den Eindruck. Äh, ist ja ein... Eigentlich ist ja ein verbotener See, aber es ist mehr Wald als See. So. Kann ich von hier aus... Will ich von hier aus irgendwas anzünden? Ich hab, glaub ich, nicht. Nee. Na gut. Aha. Dann können wir die Dimension wieder wechseln. Und das wollen wir auch, weil wir hier nicht durchkommen. Juhu. Juhu. Dankeschön. Danke schön. Okay, mehr Rätsel. Ich dachte, wir hätten es schon hinter uns. Aber nein. Mehr Rätsel. Auch wenn das jetzt nicht ein wahnsinnig schwieriges Rätsel ist. Aber hey. Oh mein Gott. Oh, dieses Rätsel verlangt alles von mir ab. Falsche Richtung. Dankeschön. Stirb. 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 Bäm. Bäm. Oh mein Gott. Okay, das ist gemein. Wie krieg ich den denn weg? Wie krieg ich den denn weg? Der kann ja nur von oben mit irgendeinem... Der will auch erstmal weiter. Da kommt bestimmt was im Moment, wenn wir den wegkriegen. Ach, hier erstmal nicht. Ist da vor... Da ist aber nicht mal vor... Ah, Mann. Da ist aber nicht mal Feuer im Weg. Da ist kein Feuer, was den... Oder? 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 Ja, man könnte von da oben vielleicht irgendwo runterschießen. Das muss ich mir nochmal angucken. Damn it. Ist da oben irgendwo ein Feuer gewesen? Ach, Mist. Jetzt komm ich da nicht mehr ran. Määäh. Ich kann mich da halt auch... Oh, warte. Ist da oben der Kristall? Nein, aber da ist tatsächlich ein Feuer. Okay. Dann muss ich von irgendeinem Feuer aus nach unten schießen. Das ist jetzt ungefähr sechs Blöcke neben... Oh, fuck. Ich komm nicht mehr zurück. Dann müssen wir da nachher noch mal durch. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö schnell sein okay gerade so nach fack ja da ist nämlich das feuer mit dem wir unterschießen müssen bist ist bist bist das so ein uf sefiros Die kommen jetzt wahrscheinlich nur raus. Ja. Wow. Wow. Ich gehe gleich weinen. Okay, der Baum ist aber zerstört. Dann kann ich das durch. Dankeschön. Doch. Autsch. Nope. Wo ist der Kristall? Da kommt jetzt gleich das Feuer, mit dem wir runterschießen wollen. Dieses hier. Aber dann muss ich ja in der anderen Zeit dafür sein. Ach, Mann. Na toll. Oh, dass man da nicht zurück konnte, war ja blöd. Da. Scheiß Baum. Nehme ja dies. Ach, ja. Ich vergaß. Na ja. So, dankeschön. Ich frage mich trotzdem noch, wer mir jetzt hier Chocobo-Fleisch macht. Ich bin mir unschlüssig. Ich muss halt zwei Dörfer nochmal ablaufen. Wahrscheinlich ist es schon irgendjemand von dort. So, ich hoffe, hier haben wir jetzt alles. Oder habe ich dann... Ne, das ist nix. Das ist keine Truhe. Das war bloß ein Feuer. Wir haben nix übersehen. Passt schon, hoffe ich mal. Wie viele Sterne fehlen uns noch? Einer. Ich liebe es, wenn einer fehlt. So. Ich hoffe halt nicht, dass da noch irgendwas... Dass in sowas was versteckt ist, das kann man sich ja noch nachvollziehen. Das kann man ja noch irgendwo... Lässt man sich das noch eingehen. Aber wenn es halt wirklich noch mieser versteckt ist, dann wird es gemein. So, gucken wir jetzt mal hier, ob wir hier... Boah, Alter, dass dieser Encounter halt sofort kommt. Wir gehen jetzt in dem Part noch kurz nochmal das Dorf durch. Vielleicht kann irgendjemand mit dem Schokofleisch was anfangen. Ansonsten gehen wir das andere Dorf durch. Aber hier ist halt auch noch dieser... Dieser... Dieser komische... Das komische Haus, wo mir der Schlüssel für fehlt. Falls es da einen Schlüssel für gibt. Natürlich nur. Du hast keinen Bock, Schokofleisch, ne? Nee. Ja, ja, ja. Easy, easy boy, easy. Hast du Bock, Schokofleisch herzustellen? Anscheinend nicht. Ja, ja. Ist hier sonst jemand zum Quatschen? Nein, okay. 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 Na gut, einen Stein könnte ich mir auch vorstellen, dass man den noch in Dings finden kann. In, 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 in... Hier, ne? Beim Mana-Baum, was weiß ich. Brauchen wir Tränke? Keine Ahnung. Phoenix Daune bringt mir jetzt halt gar nichts mehr, weil ich hab keinen Begleiter mehr. Wie viel kann ich kaufen? Anscheinend sehr viele. Nochmal Interesse halber. Also ich denke mal, bei 99 Kats auf. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Wie viel haben wir? 71. 84. 85. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 98. Ach komm. Ich hab auf ein Tiefen oder so gehofft. Na gut. Also 999 kaufe ich bestimmt nicht. Ganz bekloppt bin ich auch nicht. Wanden Sie mir... Ich weiß nicht, was du von mir willst, Kollege. Und ich komm hier immer noch nicht rein. Ich will aber... Aber ihr könnt alle nicht kochen, ne? Ihr habt alle keinen Bock auf kochen. Da ist niemand. Nö. Nö. Na gut. Dann werden wir im nächsten Part rausfinden, wer das Chocobo-Fleisch kochen will. Weil jetzt ist es halbe... Halbe Stunde reicht, glaube ich. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal gucken wir uns noch mal im anderen Dorf um. Und vielleicht finden wir noch irgendwas. Vielleicht auch nicht. Man... 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 Man munkelt. Ich weiß es noch nicht. Kann ich hier... Warte mal. Kann ich hier... Nein. Nee. Das ist auch nichts. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.